Hallo Nation! Schauen Sie sich an, was Kehl über Marco Reus gesagt hat, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ließ die Zukunft von Marco Reus kürzlich offen. Er sagte, über eine Verlängerung mit Reus habe sich. Die Borussia, noch nicht entschieden, bestätigte das Sky 90-Fußballgespräch. Wir kennen die Qualitäten des Spielers Reus und seine Bedeutung für den Verein. Aber natürlich wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem wir sagen, lasst uns weitermachen, Reus wurde kürzlich von der Sportbild mit einer spektakulären Rückkehr zu seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.